Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Yvonne und ich nehme euch heute wieder mit zu einem neuen VHG-Update. Ich wollte euch erinnern, gegen Ende Mai geht es los mit unseren Baustellen. Für Fahrgäste zum Teil eine Geduldsprobe, das wissen wir auch, aber es ist einfach nötig, dass wir unsere Gleise und Anlagen in Schuss halten. Im Straßenbahnbereich, wenn es dort zu einer Baustelle kommt, dann setzen wir meistens Ersatzbusse ein. Im U-Bahn-Bereich müssen wir gucken, wie es möglich ist. Manchmal kann man eingleisig vorbeifahren am Baufeld, manchmal müssen wir auch dort Ersatzbusse einsetzen. In jedem Fall denkt daran, dass ihr euch über unsere Kanäle informiert. Da stehen immer rechtzeitig vorab alle Infos, die ihr braucht und dementsprechend könnt ihr dann dort entnehmen, welche Linie betroffen ist. Wir versuchen auch, die Baumaßnahmen in vielen Ferienzeiten zu legen, dass ihr da auch noch mal dran denkt, weil wir einfach wissen, dass in den Ferien grundsätzlich ein bisschen weniger Fahrgäste unterwegs sind und wir da dann Baustellen gut hinlegen können. Wir schauen auch, dass wir uns zum Beispiel mit anderen städtischen Partnern abstimmen. Das vielleicht noch als kleine Info für euch, weil wir dann einfach sagen können, dass viele Baumaßnahmen, die in dem Bereich anstehen, in ein Gesamtpaket zusammengepackt werden können und wir euch nicht mehrmals belästigen müssen. In dem Sinne, bleibt mobil, kommt trotzdem gut durch Nürnberg und habt einen schönen Sommer.